Ich möchte euch mit diesem unprofessionellen Lied in der heutigen Corona-Krise etwas zum Nachdenken bewegen. Hallo Deutschland, hallo Leute, entreißt dem Coronavirus seine Beute, stellt euch dem Gegner doch entgegen, geht nur noch auf euren Arbeitswegen. Hallo Deutschland, hallo Leute, entreißt dem Coronavirus seine Beute, schützt eure Kinder und auch die Alten, versucht den Alltag zu Hause zu gestalten. Hallo Deutschland, hallo Leute, entreißt dem Coronavirus seine Beute, lasst euch nicht von Blödeltexten irritieren, sonst werdet ihr das Spiel vielleicht verlieren. Hallo Deutschland, hallo Leute, entreißt dem Coronavirus seine Beute, Handelst so, als willst du nicht seine Beute wehren, dann wirst du dich und anderen nicht gefährden. Hallo Deutschland, hallo Leute, entreißt dem Coronavirus seine Beute, ob Teenie, Twins oder harte Rocker, seid einsichtig und keine Zocker. Hallo Deutschland, hallo Leute, Hallo Deutschland, hallo Leute, dank den Ärzten, Pflegern, schon heute, allen, die unser tägliches Leben bewahren, sollte von uns ein Dankeswort erfahren. Hallo Deutschland, hallo Leute, bleib gesund und nicht nur heute. Hallo Deutschland, hallo Leute, seid einsichtig, werdet keine Corona-Beute. Bleibt alle gesund und hilft denen, die Hilfe benötigen. Eines Tages könntest es du sein. Danke.